Sollte man ein Update bringen, dass man es im Video ausschalten kann. Ach scheiße, man kann doch Soundtracks auf Testplatte ziehen und dann hören. Also auf während des Spiels. Ich glaube nicht. Aber ich würde den für Kanibus 2 Soundcheck machen. Ja. Also man kann sich die hier runterladen. Ja, ich hätte den für Kanibus 2 Soundcheck verkauft CD. Ich habe den letztes Mal wieder ausgetragen. Und ich würde sagen, er ist richtig da. Und dann wäre es doch gut, wenn man ihn beim Spiel entspricht. Oh, das macht was gut. Ja. Was mache ich da? Du musst vor allem öfter mal ein 2K anstreuen. Ja, das ist 1K. Sein 2K ist dieser Stampfer. Echt? Das ist sein 2K? Ja, das ist sein 2K. Oh. Okay, dann 1K. Das wusste ich nicht. Oh, dann können wir doch mal kurz eins spielen. Nein, aber nicht. Dann war ich 1K. Ja. Ach. Das war's für heute. Oh. 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 Therapien. Oh. 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 None will be scored. Battle 1. Fight. Oh. 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 Yeah. Uh. Oh. Know what. Oh. 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Battle 4, fight! Battle 4, fighting! Battle 4, fight! Battle 4, fight! Wo stehen denn die anderen Mainzbühlen? Da vorne. Da vorne. Da vorne. Was ist das? Beteilig! Fynnig! Beteilig! Battle 2, fight! Beteilig! Beteilig! Reine out! Scheiße, brother. Battle 3, fight! Beteilig! 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 Das war's für heute.